Zwo, eins, go! So, Leute, willkommen zu einer Folge, äh, was zocken wir überhaupt? Skywars! Ich hasse dich, weil ich das nicht mag. Egal, währenddessen gleichzeitig... Alter, hängt das gerade? Ein Stream, äh, bei uns auf YouTube. Also ihr könnt beide Sichten sehen, weil der Stream wird ja aufgezeichnet. Aber wo ist die andere Kiste? Unser Bett. Ich komm da nicht dran, ich muss das Bett abholen. Okay. Ich geh kurz zur... Ich geh zur dritten Kiste, ich kann nicht gucken. Hast du ein Schwerter? Schau, was kommt. Aber ich hätt noch einen, finde ich. Ich hab einen, zwei, zwei Schwerter. Ich hab Crafter, ich mach ein 2-Dier-Schwerter. Okay. Jum, 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 jum. Kettenschuh hast du auch? TNT. Ja, das hab ich auch mitbekommen. Ich hab 14 mal. Ja, okay, okay. Dann, ich schütz mal kurz, ich mach mal kurz nen Eisenspitz-Hacken. Was tue ich denn für's Eisenspitz-Hacken dahin? Da hat einer TNT-Boost in die Mitte gemacht. Da kommt einer... Geschafft, oder? Wo? Hier. Bau dich hoch, ich komm hinterher. Pass auf, pass auf. Ich setz den Spinnen jetzt. Ich seh. Ich seh nix. Vorsicht. Er ist runter, er ist runter. Ich baue nicht der Spinnen jetzt in mir ab, okay. Wenn ich raus bin jetzt. Ah, scheiße. Giet schöner neben. Ich hab' dir einen Helm für dich. Ich hab' dir einen Helm für dich. Über dir hier. Er ist runter. Kann wir auch den TNT-Boost probieren, oder? Nein. Wollen wir nicht. Ich hab' hier ist noch der zweite drin, mein' ich. Nein, noch nicht. Die haben die abgebaut. Hier. ab auf zum nächsten ich bin schon in Ordnung alle das sind welche in der Mitte, die sind so OP-equipped ok, ich muss noch kurz gucken, ob wir anders was essen ich hab neun TNT die gibt mir das, ich hab viertel aber ich hab kein Feuerzeug ich hab ein Feuerzeug geht rein, sollen wir rüber bussen oder? nein lass erstmal alle anderen weg racken ok, ja Gregory, bis drüben ok, schnell essen, 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 essen bis schon weiter da ist einer verreckt da ist einer verreckt ganz viel Kram, ganz viel Kram gut, freu dich durch und für alle, die ist ganz wunderbar, warum unsere Soundqualität so scheiße ist wir hatten probleme ok, ich hab 6 creeper da liegen Dias ich hab 8 Dias mach Diabrust für dich und gib mir die Dias Schuhe falls da welche dabei waren muss man noch gucken Pass auf, dass keiner kommt Pass auf, dass keiner kommt vielleicht die aufs Dach und dann ist das wir sind mega gut dabei es gibt nur noch ein Team außer uns ok, warte, Lava ich hab noch Creeper auch noch kann man Feuerzeug zusammenfügen ich hab ganz viel Cockrab und Feuerzeug, gib mir ein bisschen TNT, ich hab auch ein Feuerzeug ja, wo bist du komm nach unten, komm nach unten ja krieg hier Hälfte Alter, wie viel hab ich Essen bekommen? ja, ich hab gut Essen bekommen so, 36 hier ist der Tür im Haus, lass das mal hochjagen oh, das zündet, geh weg, geh weg da ist einer, da ist einer oh, ich bin fast tot weiter und essen hier, Kuchen ah, ich hab schon oh, ich hab glaub ich das Haus hab ich weggejagt ein paar gehen insoweit die sind in der Mitte, ne, die anderen die sind in der Mitte, ne dann lass du dir an, wo sich da rüber gebaut wurde und von da auf dann in der Mitte ja, voll du gibt's hier Bogen? ja, ne ja, aber das geht, das haben nicht viele ja, man kann sich ja auch einen craften, oder? ja, Pfeile ja, stimmt komm, 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 komm wir könnten ins Wasser springen nein, das ist zu riskant, mach nicht das ist zu weit bau lieber safe da ist ein Dia-Panzer für mich liegt da und noch mehr Dias jetzt jetzt spring drei Dias ich hab den Dia-Bus-Panzer ja, darf mal hat das ein Eisen-Bus-Panzer den ich helfe hast du Dia-Hose schon? nein ja, dann kriegst du die jetzt ich hab den Dia-Panzer immer noch nicht da hab ich ihn geworfen ich hab den Dia-Hose ich hab die Dia-Hose ich hab die Dia-Hose äh, Iron äh, ich hab Protection 2, Iron, ja hab ich ne Brust noch ja, hab ich auch, aber ist das besser als Dia? mach die Dia, mach safe ok die MTNT noch ich mach mit hast du ein Dia noch? äh, ne scheiße ich kann mal in die Kisten gucken weg, 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 weg da baut einer rüber, da baut einer rüber, da baut einer rüber wo? von der Mitte der kommt, der kommt, der kommt wie ist der über, oder? ja ne, er ist unter mir bau hier ne Plattform, bau hier ne Plattform nein, 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 der baut immer weiter hoch der kommt, der kommt, der kommt nein, mach den nicht lol ist der MT-Bode nicht gezündet ich verrecke, ich verrecke ich komm, ich komm, ich komm kommt der hoch? ja ich hab gleich wieder ich hab fast wieder voll ich kann, du kannst ihn nicht runter halten der hat das Ding ist in sich reingesetzt ja, komm du auch, du kannst nicht untergelt werden hat der noch Cockrab, oder? keine Ahnung Vorsicht ok, pass auf Logband auf das ist der einzige, der noch übrig ist von denen, ne? weg da weg da weg da block, 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 block ok, ich bin oben, ich bin nach oben, ich bin nicht ich hab Wasser zum Glück gesetzt ich hab Wasser gesetzt nimm weg, nimm weg, nimm weg Skywars na gesagt, kein TNT, der hat ein Feuerzeug ich geh einfach höher block, block, block ich bin runter im Wasser gelandet ich bin tot und du kriegst den runtergefallen, du kriegst den der ist im Wasser ja first hit der, der hat besseren Ping besseren Ping der hat viel besseren Ping keine Chance besseren Ping keine Chance ach, schade der hat mich weggepingt egal, dann machen wir eine neue Runde jetzt einfach aber GG war's der Stream läuft noch, oder? äh... ja Mera Mas' gleich start, sofort naja, johold, unser neues drug Muraf So-, класс grat hilft an 2022 und Kapitel direkt an expectations Mach 1 maf ins 400 Ok k ja Ah, da läuft es nicht. Ist doch gerade rausgegangen, weil mein Finger ist leicht scheiße. Da warten schon neun Sekunden. Aber ich bin ja wieder schön gemickt als Premium. Ich bin unten. Okay, ich hab richtig geiles Equip. Äh, ich nicht. Ich mach uns zwei Dia-Schwerter, warte. Hast du YouTube-Symbol hinten auf dem Rücken? Klar. Lol. Okay, ich hab einen goldenen Apfel. Gut, weiter. Braust du nirgends was? Ist ja irgendwo ein Enchanter. Warte, hier. Ich... Ich... Meine Hose kostet sieben, schade. Ist nur irgendwo ein Enchanter. Ja, der ist es in der Mitte. Ja, bauen, dass du den bauen, oder? Ich hab keine Blöcke. Nein? Okay. Könntest du mir vielleicht... Ne, kann ich auch sehen. Was denn? Ach ne, ich baue mir lieber ne Algenhose, das ist besser. Okay, da sind Full-Diatypen und alles. Da gehen wir, glaube ich, nicht hin. Lass mal noch da hin. Der hat hier... Nehmen wir ihn in die Blöcke, nimm Blöcke. Ich hab genug Blöcke. Okay. Alter, weg. Regenschwanz? Ist Mark in der Runde? Äh... Mark ist in der Runde, Mann. Ja, genau. Läuft bei dem Typen. Hier neben uns in der Welt. Komm, komm, komm. Hier ist einer. Eier, Eier, Eier. Geh weg. Eier, Eier. Der hat Eier, der hat Eier. Sag mal bitte, wenn er guckt. Oder wenn... Ich schreib Mark. Und der sagt einfach, achte auf deine Wortwahl, weil Regenschwanz... ...wenn ich Regenschwanz geschrieben. Bitte kein Zeichen. Alter, das Chat-Plug-In ist der Horror. Okay, bau dich hoch, bau dich mit mir hoch, hier hoch, komm. Wenn du in mir drin stehst, kann ich mich nicht hochbauen. Wie hier in einem Melonen zum Essen. Kommt, ne? Alter, wo Mark jetzt... Ist doch der selbe Skin, ne? Wenn Mark jetzt in der Runde ist, Junge. Das ist Mark, das ist Mark. Sag mal bitte, wenn der hier fast voll da ist, der voll... äh, voll der Typ. Das ist ein Zufall. Ich baue mich zu denn. Ah, der ist mit nachgejoint. Pass auf, der Eier. Ja, ja. Hast du Kopf weg? Hast du? Nein. Vorsicht, da ist ein anderer unten. Soll ich Goldapfel nehmen? Mach, mach, mach. Ach, die klatschen sich schon tot. Alter, das ist Mark. Okay, das ist Mark nicht. Team darfst du nicht. Ich weiß, der hat gezeigt, Team. Der Full-Dier kommt, der Full-Dier kommt. Ich komm wieder nach oben. Ich hab ne Wand hinter mich gebaut, damit er mich nicht runterkicken kann. Okay, ich hab Mark... Ja, dessen hab ich ne Wand hinter mich gebaut. Der kann mich nicht runterkicken mit Eiern. Warte. Mit seinen Scheiß-Drechseiern. Okay. Okay. Das ist einfach Mark, Mann. Der ist einfach nie aus. Der Enchanter ist in der Mitte. Du kannst mich nicht runterkicken, Mann. Ich bin bei dir. Der Intensiv. Er traut sich nicht. Ich mag der V-Hu-Johne. Pass immer auf. Ja, weg da. Sicher ist sicher. Ich hab keine Blöcke mehr. Keine Blöcke mehr, nimm den. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Der will sich über uns bauen. Hoch, 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 hoch. Ich hab nur noch 32 Armbosse. Nein. Pass auf Eier. Scheiße, ja. Gerettet. Daneben. Scheiße. Hat nicht viel Schaden gemacht, keine Säure. Ich hab mal ein halbes Herz vorgeschrieben. Ich hab hinter uns hier eine Wand. Warte, geh weg, weg. Okay. Ist das der letzte, ne? Danach so ein Mark, einer ist in der Mitte. Pass auf, der wirft den Eier an. Pass auf, pass auf. Ich war auch nicht für MLG. Hast du irgendwas für MLG? Schade, hier, hast ne Kiste, kann noch was reintun. Ich mag. Ich mag mal die TSIP schreiben. Ja, warte noch, warte. Warte, beschütz mich kurz. Ich nehme das Passwort schnell raus. You edited the server. Ich weiß es. Ernst 2. Warte, frag ich es nicht. Beschütz mich kurz. Du, du stehst in der Ecke. Hallo, wie du hast den Eier. Regenstands LHM kickt keine Nachrichten. Mark hat, er ist runter gefallen. Es ist runter gefallen. Drauf, drauf, der ist runter gefallen. Ja, aber wir verrecken auch, bei der Höhe. Und er hat noch Eier. Ah ich bin safe, ich bin safe. Auf m Baum, auf m Baum. Oh das, was ich bin mal. Das ist das Problem. sag bitte wenn er am fassen beim baum ist Mats der Typ ist da, der Typ ist da, der Typ ist da komm wo ist der? da Birke, pass auf, pass auf, pass auf, ey, ich dachte das wärst du, fehl mal was hinter uns mach mal bitte hinter mir einen Safeway, wenn's geht ich bin runter du musst das alleine machen hallo lade dir mal ein Party ein kann ich grad nicht, ja doch, tödlich Party im Wald er kämpft, ich bin runter, ich bin tot, deshalb kann ich machen ja, ja, Marc, ich weiß, dass du gut bist, weil ich mir verkaufe schreib mich die ganze Zeit schreib mich die ganze Zeit sag mir, der in der Party ist, dann mach ich so, der Spieler und die IP ja, der ist dran also ein habe marck Marc, Marc, Marc ist vorgerückt, Frances said, ich weiß ich weiß gehen spinnen jetzt, er liegt innen auf der wirftigen Eier in der Hand aber ich hab seit dem Mark hat es ja nicht in der Fall ist es ich habe auch noch einen goldenen Apfel fressen kurz bevor er wird MLG King Pro Leute für alle die gerade im Stream zuschauen heute Abend um 9 Uhr geht es mit einem Stream weiter da spielen wir mit euch Community ja Mark wird mit Eiern bombardiert der hat keine Eier mehr der hat keine Eier mehr glaube ich Mark hat sich einen Trank reingezogen ja feierresistent ich hab einen goldenen Apfel soll ich den Phrasen und von hinten rein jumpen dass ich den dass ich reingehe ja Mark Mark hat den Mark hat den Mark hat den wir sind die letzten nein das ist noch einer in der Mitte zwei verbleibende Spiele nein zwei verbleibende Spiele für alle hier ist die das ist die TS IP oder ja ja dann verzaubern kurz ein Schwertfeuer auf Rückstoß hast du dir das Schwert ja dann sucht 6 Level zu bekommen mach auf äh Schärfrückstoß ja ich weiß hat Mark Premium ein ne Mark hat Chatbon komm lass mal komm lass mal wenn ich den jetzt runterschreie ist das auch Schatz oder businessp list oh mein god mach einfach du musst slash party list machen nicht slash p mit slash p schreibst du was in den Party Chat im Tab wird den nicht angezeigt aber das ist nicht Prämie ja der schreibst du da boah du hast ein Optifine Cape ja das ist ein das ist ein das ist ein ich hab welches hast du wie viel Zeit dafür oh Telefon sorry 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 äh 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 Gucken ob man die Mauten machen kann kann man nicht und jetzt lassen wir mal trinken noch da ja aber mach ja eh geht nicht dann kick den da ist einer unter user was mutiert hallo hi hi ey du bist mitten im live stream yeah ey ich bin zufällig mit euch in eine Runde gekommen ja du bist bei uns im live stream drin du dummel kind wie lol das einfach ist faires battle in der Mitte ja guck mich stimmt selbst wieder zu oh n n ja grad gucken warte bei mir wird 56 Leute angezeugt warte setz mal setz mal nein 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 ich hab keine copwebs jungen ich hab deine copwebs getötet er wollte die ganze zeit meine copwebs abbauen dann hab ich einfach die ganze zeit copwebs gesetzt und dann hab ich ihn geübt Marco bist ein bisschen weise gerade kannst du dich vielleicht etwas lauter stellen kannst du ihn auch selber lauter stellen ich kann auch so machen warte wieviel punkte hast du bei der Rüstung 6,5 ich hab jetzt hab ja ich hab 8,5 das ist in Ordnung hast du ein dia schwert äh ja habe ich hast du blöcke ja klar wir können unten sonst fair in der Mitte ja haben wir vor nur ich hab keine blöcke das ist äh weißt du wieviel level hast du 5 5 dann welche zurück das Bloß ich gesagt hab vor dem dann habe ich vielleicht 8,5 Entschuldung es kommt nicht dazu wenn wir zu divers doch wenn du nicht schon voll hast schon 1 ich hab Verd Cambium Ich hab Eisenbrust, oder? Du hast Goldbrust. Was? Was? Gold. Jetzt hab ich auch 8,5. Okay. Die Mitte ist voller im Arsch. Alter, die Kissen sind auch voll, ne? Ja, lass das. Lass die einfach so. Warte, ich nehm mir nur ein Kopfwerk raus, weil ich hab keiner. Ich hab auch keiner, ja. Das war ja nur eins. Willst du ein Feuerzeug? Hab ich selber. Marc, sag, ey. Marc, direkt mit TNT hier haben, ne? Alter, ich dachte schon, du zun ist das jetzt, ne? Marc, hast du Prämie, oder nicht? Nein, das ist ja voll scheiße. Warum auch voll lange, wenn ich in eine Runde reinkomme, wenn ich irgendwie so Maps spiele, die gut sind. Was das einfach für ein Zufall ist, dass du genau mit uns in einer Runde bist, ne? Ist echt so. Ist einfach für ein Riesen-O-Essen. Nice. Okay, mach kämpfen. Wir müssen weitermachen. Das Team ist nicht produktiv bis jetzt. Okay. Los. Nein. 3, 2, 1, einfach los, okay? Ups. Warte, können wir die Kisten abbauen, das nervt, wenn man die ständig öffnet. Kannst du hier so überall Blöcke setzen, hast du so ein paar Blöcke? Warte, ich springe das weg. Nein. Weg. Dann ist ja voll das Loch, Mann. Okay. Start. Start, 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 start. Angst, dass du nicht da rauskommst. 2, 2. Marc, was hast du für ein Schwert? Jetzt. Dir, Schwert. 3, 2, 1, guck. 3, 2, 1, guck. 3, 2, 1, guck. Let the light shine through. If you believe this. Baby won't you let the light shine through for you.